Hallo und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, Hofpackmann Reloaded mit dem Ostrandtiv. Hi. Mit dem Fab. Hallo. Und natürlich auf der 1... 6. 0... 5? 6. 5? Oh, wirklich? Fab, wieso hast du einmal gesagt, 6? Weil ich das gedacht hab wegen dem neuen Laden gekriegt. Einmal vertort von ihm. Aber Fab hat auch gerade erklärt, es ist nicht große Differenz zwischen den 1.5 und 1.7. Also deshalb lassen wir lieber die 1.5, sonst müssen wir einen ganzen scheiß neuen Spielstand anfangen. Und das geht mit einem Moment und deshalb lassen wir es lieber so. Und naja. Sohn. Boah, ich geh mal durch. Äh, Fab? Ja. Wie viele, wie viele Schuhen hast du drauf? Auf dem Fall? 4,5. Weiß ich Gott nicht. Irgendwas mit 7 oder nicht. Warte. Auf jeden Fall hab ich glaub ich die Meister. Wie viele Stunden hast du? 9,6. Ja. Wer hast du? Warte, ähm, 7,8. Haha, nein. Na guck mal, mit 7,8 muss ich noch nie tanken. Für das dazu dann. Juni, ich hab den schon voll getankt. Ja, bei 6,2. Und meiner noch nicht. Also deiner hat dich auch schon voll getankt. Nein, den haben wir gar nicht. Also ich weiß es gar nicht mehr. Ernsthaft. Ich schalte denn jetzt gerade auf, was 7,8. Aber, ich hab müssen den Metri-Trag schon mal füllen. Und jetzt hat er schon wieder nur als 86 Liter drin. Juni. Ja, das ist schon, nein. Feldelf ist angesäht, ne? Feldelf ist angesäht, ja. Ja, also nur noch Feld16. Ah, Mann. Feld16 mach ich nicht. Das könnt ihr vergessen. Ich mach nicht. Ich mach nicht. was die Hofer Bad machen. Auf jeden Fall, du bist dran. Das war die ganze Zeit Gülle. Hahaha. 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 Pflügen mit Einschaffung. Hahaha. 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 Ach, jetzt weiß ich so, wir werden nie neue Spieler gewonnen haben. Hahaha. 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 Also, wir müssen hier noch auf der Rufwerkmann, bei so großen Feldern, musst du flügen dran. Hahaha. Einschaufflug. Ich wünsche dir viel Glück, wenn ich das Feld 16 mal nach zum Flügen, also. Oder Feld4 oder Feld6 oder sowas. Ich stell mal mit Flügen aus, ne? Na klar. Also, ernsthaft, meine, meine W-Lam-Verbindung ist wirklich besser geworden. Ja. Ich lecke jetzt nicht gerade mehr, dass ich irgendwo stehe, wo will ich gar nicht stehen. Auf Twitter Platform ist mein W-Lam- unπ. Erkrتمft und und. Humm, 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 humm. Ich bin wirklich zufriedens, den Windkraft, mit Speklapp, mit Schraker tempo, ohne Probleme. Perfekt nur noch zwei Göhleffässer. Isch hat hinterher meine W первый Göhleffässer. Ja. äh, das geht fast, läuft super, sonst, äh, müsstest du mit Herrn Meier gehen und mal ne Ansage machen, oder? Läuft. Ja, läuft. Achso. Es ist auch, äh, neu, die Geschwerte, äh, neu. Weil, wenn ist es gebrauchen, äh... Ansonsten kriegen wir einen Trend, denn. Ah, ist auch gut. Weil, beim Herrn Meier haben wir ja noch 40.000 Stunden, ist mir gerade vorher aufgefallen. Habe ich Ihnen gesagt? Hahaha, ich wusste, es kommt durch Bruch. Nice. Aber, wir haben noch 40.000 Schulden. Äh, Gottrein, mach mal 25 dazu, dann können wir die Schulden bezahlen. Ne, mach's nicht. Ne, ich meine jetzt ernsthaft, mach mal 25 dazu, mit dem, äh, mit dem Gas. Ja, wir sind uns soweit, Junge, jetzt zählt doch den, äh, zählt doch auch mal. Alter, was hättest du denn so? Ja, äh, muss ran, Kohle muss ran. Ach, komm, ey, dann mach doch mal was hier, schon damals. Hahaha, na klar. Ich bin auch schon die ganze Zeit dabei, dass die Produktion läuft. Also manche Stellen vom Feld sehen aus, als ob die angesehen werden und manche nicht. Das war der Walther Schweizer. Dann zieht es mal so gut aus. Als ob ich es lustig konnte? Ich weiß, beiwie wenn wir mit dir keyboard bist du schon? Heiz trabajar. seh? Alter, wieso? Ich sag ja, Leute, die haben nur Folgen von maximal 700-800 MB, die sind ja Premium. Ich komm nicht eine Folge unter die 1,5 GB, das gibt's nicht bei mir. Was ist denn hier noch da, Alter? Jo, Junge. Die Folge, wo hab ich nur eine Info angekündigt, wo hab ich kein Mikro an. Oh, ich glaub, ich hab das Mikro an. Oh, wir haben noch ein, zwei Staus in Gülle, nur noch, bei der BGA, wilde. Hab ich ja gesagt. Wir haben aber noch über 12.000 Fika, äh, das. Das? Nein, nicht wirklich. Und da steht bei mir, ich weiß es was so hin schon, guckst du. Bei mir steht da jetzt noch 2.500, 2.700. Ja, ich mach das mal schon die ganze Zeit, Alter, dass sie weg wird. Oh, Mann. Ähm, also ich würd mal sagen, für Feld 16 reicht die Gülle nicht mehr. Äh, mit Dorf, die, haben die auch noch, oder? Ja, ne, ich geh ihr vom Dorf holen und du siehst an. Na, das ist doch die perfekte Lösung. Herr, wer sieht an? Moment mal, der Feld ist meiner, ja, der denkt eindeutig vom Geduld aus. Es schafft nur ein Traktor, also der Betröck. Also der Farb dafall entgegen kann. Ah, das ist ja schon ein großes Geschenk, wo ich die mache. Nee. Acht, ich fahre. Aber ohne Seemaschine dann das Geschenk. Ja, genau. Schreien dann dahinter das Kinderfassen, dann... Ja, klar. Und die ist dann die Fan, die, äh, die große Saatverschiene ziehen. Also ich krieg das Sinn. Na, dann, äh, hängen wir mal um. Kann ich ja beginnen, äh. Moment. Moment, ich hab schon mal nicht gewettet. Nee, weißt du, ich will ja nur, wie das du das hinkriegst, weißt du? Ja, kein Problem. Ich komm hier fort. Du wachst. Ich fahre nur kurz meine zwei Fässer Gülle. Dann kannst du mir schon mal ein Fass Gülle dran holen. Okay, warte mal kurz. Ich muss jetzt mal, äh, die Saatmaschine befinden. Und nicht, das geht gar nicht. Boah, der MP traf aber richtig hoch. Dieser Traktor ist nur 90% verschmutzt. Ja, gut, bei mir ist das ja nicht wirklich ein Wunder. Oh, Mann! Ja, ich bin, man fällt schon für das hier früh auf. Ein Drift auf jeden Fall mit der Saatmaschine hinten dran. Die Stoß war aber, naja. Alter. Oh, Willk. Super. Leute, wir müssen unseren MB-Truck nicht abgeben. Du hast gesagt, das ist ja ausreichend MB-Truck, aber naja. Nein. Wie? Das, das ist ja schon dir. Ja, in jeder Folge warst du scharf auf dem MB-Truck. Du hast immer gesagt, raus aus dem MB-Truck, weil ich grad einfach reingegangen bin. Hast du gesagt, raus, raus, raus. Also. Jetzt bleibt man auch draußen. Dann bleibt man schon an dir. Du wolltest so. Nice. Mach mal dein Fenster auf. Das ist ja stickig zu finden. Kann man, du bist aber da. Das ist ja nicht so stickig. Stickig. Ja, ehrlich. Alle Fenster runter vom MB-Truck. Äh, du hast schon das auch getrade im Silos. Äh, getrade im Saatgut. Ja, im Silo haben wir noch 15.000. Ach so, nice. Aber das kannst du nicht holen mit der Saatmaschine? Doch, kannst du. Nee, ich weiß. Von Werner. Mit Bernie jemals. Du musst das eigentlich schon können. Ja, ich guck nicht. Oh, das kannst du ja mal ausprobieren, oder? Wer kennt dich? Ich glaub schon. Ich weiß auch nicht ganz genau. Boah, rum, Junge. Ernest. Hallo. So. Und über den Hof mit 20 km h, was läuft? Darf ja mal schneller über den Hof spülen. Hier hoch musst du es mal schaffen. Ah, mein, mein, mein. Oh, mein. Ach, Farb ist wieder da. Oh, Mann. Wieso verfahre ich mich immer mit den Scheißauswachen? Er weiß. Hier immer einen zu prüfen. Farb ist wieder da. Hast du den jetzt gerade? Bin die ganze Zeit da. Depp. Ja, oder? Ey. Alter, nicht du! Wie geht jetzt der Deckel auf von der Seite? Ähm... Also... Knoppen! Drum, ne, da, da, drum, ne... Normalerweise ist es so ein Zamt, es ist gepflegt, aber... Normalerweise solltest du das nicht kennen. Tja! Solltest du dich doch auskennen mit dem... Äh, ich glaub, weil ich, wie das von den Burning Gamers gesehen habe, kannst du das nicht, äh, mit der Saatmaschine befinden aus dem Lager, oder? Weil wir im Lager Saatgut haben, aber das kannst du doch nicht mit der Saatmaschine befinden, oder? Ja, du hast doch jetzt 85% Walzen drin! Äh, ja, nice, ja, weil ich, äh, weil ich Bigfax draufgeleert habe. Ach so... Aber kannst du es nicht, wie hab ich schon gesagt. Ich bin ja schon druntergegeben. Und wo musst du hin, auch Frank, sonst, äh, fahr ich dir hinterher. Äh, ich muss zum Reihweißen. Ach, das ist ja auch ein bisschen. Ich muss ja auch sozusagen, wie in die Stadt... Ähm, das ist ja nicht einfach so zu sagen, wie in die Stadt... Ähm, das ist ja nicht einfach so zu sagen, wie in die Stadt... Äh, beim Raubereißen kann man doch auch, äh, Dings kaufen oder nicht? Was? Bei Raubereißen kann man das auch kaufen, aber dann für draußen Schaufel nicht. Ach schon, nein. Also, nee, nee, nee. Also, nee, nee, nee. Weil ich, äh, wir haben ja noch zwei, ich glaub, ein Bigfax oder zwei, äh, Dünger beim, beim Land... äh, beim, beim... Das hast du auch alles durchs.... ...und, beim Meier. Natürlich, danke, Vater. Ne, 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 ne. Na, zumal ne? Was ist schon da vorbei? Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Schön für dich. Jetzt geh ich gucken, was geht... äh, drei. Jo, ich fahr gerade los, scheitern da, äh, Beter rein. nicht ja, jetzt blockierst du jetzt musst du weg, weil ich bin schneller als du MP tragt die 50 tja, aber dann vor Gunsten muss man schneller das leckte nach so es hat gelenkt es hat ich schaue es in meiner frau an wie viel gigabyte bist du schon schweizer 2,8 achja ich war mit 30 kmh wie hast du gigabyte? ein gigabyte jetzt kommst du durch? kommst du durch? warte mal kurz soll ich mal den intercooler drehen lassen? darf ich hier beim biodiesel tanken? was? ja kommst du da kann man tanken ich hab's auch getankt ich bin zwar eh nicht leer bin noch nicht auf Vollgeist gekriegt blinker raus ich hab jetzt 97 Euro ich hab jetzt 97 Euro von 1000 alter was ist das denn? Entschuldigung, Farb irgendwas hat er wieder gemacht alter nee Joga nicht auf alter was denn? was denn? ich hab dich schon wieder ich denk mal nicht ich muss wegen 600 dieser noch ein fast voll machen oder? nein nein alter ja was war es so einfach? ich muss wegen 600 Litern gleich nicht nochmal ein fast voll machen oder? doch 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 nein Spaß evangelist ja blande er ist Kirch Köln alt hat er macht wieder alles Prozent er sieht hat nichts raus Köln was hat mich schon die gestiegen hat er noch ist in der Titel ist das und schon gewollt geschrieben Werner Klaas ist alles Junge nicht so ein Bier wo ich falsch schreibe du schreibst aber allgemein falsch ja manchmal schon äh immer du schreibst immer mit AI oder ballen wie jetzt AI du schreibst du hast deinen letzten Streams immer allgemein mit AI haha allgemein Alter wofür stehst du ich bin auf Feld 16 und fahr da noch ein bisschen Gülle ach so ich komm jetzt gerade vorbei auf Feld 16 Alter so warte man dann auch lebt die ehre an ja zeigst du mir wie die Ersatzmaschinen auf Feld 16 geht ja gut bergauf wird schwierig mhm na klar jetzt kommt der Angst über was ja wegauf ist es ist schwierig bergunter ist gar kein Problem ja aber weißt du er will mir Fendt die Qualität zeigen und er hat schon Angst oh der Fendt fährt für das er hat er 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 1 1 1 2 1 3 4 Was ist denn Trafik? Nee, Transit? Ja. Ja, das könnte man in Bewegung ziehen. Aber naja... Dann gäbe es zum nächsten Mal beim Müllsammeln nicht mehr so viel Spaß. Echt so? Wieso, ihr habt doch genügend Wagen dann für euch beide? Na, aber du musst ja auch einen haben. Nö. Wann gibt's Spaß, dann muss ich was geben. So, auf jeden Fall möchte ich sagen, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Deutsch da. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und der Ostrhein ist unten verlinkt. Mach doch bitte... Du hast einen Fehler bald schon dir geschrieben. Ich habe gefunden. Du hast einen Fehler. Alter, was will ich denn mit dem? Du kannst nicht schon nie schreiben. Weiter. Geht doch bitte beim Ostrhein auch vorbei. Und macht doch das Gleiche bitte. Und dann würde ich sagen, geht doch beim PAP auch noch mal vorbei. Und lasst da gerne ein Abo da. Das sehe ich. Würde ich sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschau tschau. Tschau. Der PAP, sag's mal tschau. Tschüss. Super. Tschau. Tschau.